Und Action! Meine Lieblingssockenfarbe ist tatsächlich weiß. Das klingt zwar immer ein bisschen komisch, wenn man sagt, oh, weiße Socken, weiße Tennissocken. Weiße Socken finde ich einfach immer am schönsten. Wären zwar am schnellsten schmutzig, aber ich finde es am schönsten. Das Schlechte, was ich jemals gegessen habe, eine gute Frage. Ich glaube, ich würde generell sagen, das war Fleisch. Jetzt bin ich Vegetarier. Fleisch war einfach nicht so meins. Was? Vor was ekle ich mich am allermeisten? Vor Menschen, die keine gute Hygiene haben. Generell lege ich sehr, sehr viel Wert auf Sauberkeit. Und bin da, glaube ich, auch sehr, sehr schnell im Ekelfaktor. In diesem Sommer plane ich sehr, sehr viel Musik. Am meisten, weil mein Lieblingskörperteil sind meine Augen. Nein, unbekannt nicht. Also alle meine Talente sind mittlerweile bekannt. Es sei denn, ich weiß es selbst noch nicht. Mein Lieblingswohnort wäre Los Angeles. Aber nach Trek ist auch super. Monat. Hast du Wohnat oder Monat? Ich sage Monat, Monat. Mein Lieblingsmonat ist Juni.